Oh, da ist noch einer. Level 20. Graz. GZ. Ich würde es so schön auch immer im Chat schreiben, wenn jemand ein Guild Wars neues Level hat. Wow, Level 2. GZ. Level 80. Was soll das? Level 80. Aber weiter geht es nicht mehr. Doch man kann ja weiterhin ein Guild Wars 2 Level Ups haben. Komm schon, spawnen 2 ein Kind. Spawnen mir ein. Tschöönig. Nein, es ist... Aua. Danke. Das hast du dir sehr wörtlich genommen. Das Schweinchen. Ich würde spawnen irgendwie immer so in den Ecken. Ich stelle mich mal direkt hier vor. Hallo, Schweinchen. Spin around, na pech. Ah, gotcha. Err, err, err. Äh. Hau ab. Err. Err. Manu, hör auf zu brennen, sofort. Er ist 21 schon. Aua. Ey. Kannst du nicht immer 4 spawnen? Die waren viel ergibiger. Guck mal, schon 18 Lohenrücken. So ein Schwert mit, ähm... Äh, ihr wisst schon was. Nicht mit Voldemort 5, sondern mit, ähm... Plünderung wäre toll. Dann würden wir mal das Waffel da aus den Viechern rauskriegen. Fuh, 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 fuh. Was sind denn eure geilsten Waffen in Minecraft? Und wie bekommt ihr die Level immer zusammen, die ihr braucht? Das wird mich mal interessieren. Also ich hab ja auf unserem Server inzwischen dank der Bücher die geilsten Waffen zusammengelevelt. Hi! Ich hab genau gesehen, wie du gespawnt bist. Tschüss. Ich hör ein Skelett. Das verbrennt da draußen. Definitiv. 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 Die Musik ist viel zu leise. Ich glaub, ihr hört ja gar nicht bei deinem Video, weil die hier so laut sind. Ich kann ja mal die Musik lauter stellen. Hui, da sind ja gleich mal zwei gespawnt. Ja, kommt her. Hui, ach, drei. Wow, ich hab's gar nicht gesehen. Schon Level 24. Fuh. Kommt schon. Ich will mehr von euch töten. Yay, wuhu. Nee, die sterben ja gar nicht mit dem Spawnen wieder. Scheiß Leben, ey. Oh, Mann, ey. Gerade war das Leben so schön. Dann muss sie sterben und wird respawned, Mann, ey. Spawne mehr, mein Schweinchen. Spawne mehr. Huldige der heiligen Haustür, die dort steht in der Ecke und geschlossen zu mir steht. Los, Schweinchen. Spawnet. Spawnet. Heilige, goldene Kreaturen für die heilige Haustür. Los, spawnet. So spawnet doch. Spawnet uns allem ins Gesicht. Hallo. Danke. Hat aber lang gedauert. Nur einer. Nee, sich gar nicht ein. Spawn los. Hui, das Schweinchen muss da drin. So voll, voll, so. Alles schlecht. Der muss doch voll übel sein. Spawnen, 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 spawnen. Wie lange habe ich noch? 34 Sekunden. Da könnte ich gleich mal die nächste trinken hier. Ja, sonst vergesse ich es nachher wieder. Aha. Schauen wir mich mal was anderes dazu. Kommt ihr auf einmal an hier, ja? Jetzt, jetzt, jetzt wollt ihr mit dir spielen, aber vorher nicht. Uh, Level 25 gesetzt. Skelett. Ich branne, oh nein. Ah. Da krepiert schon wieder ein Skelett. Wie kann man hier dann durchgucken? Nee. Schade. Gleich ist sie kaputt. Jetzt. Aber ich kann das dann hier ein bisschen erweitern. Hallo. Äh. Cool, ich kann das dann in die Richtung erweitern. Das ist super. Wenn man doch mehr mitnehmen soll. Vielleicht spawnen sie dann in einem höheren Radius. Aber auf jeden Fall kann ich mich jetzt mal hier in die Ecke stellen. Und grund. Vielleicht spawnen dann, wenn es hier dann dunkel ist, auch noch Wither Skelette. Das wäre richtig cool. Schweinchen, spawnen was? Schweinchen, die Musik ist alle. Warum ist die Musik aus? Schweinchen, spawnen was? Hui, da sind sie jetzt. Huhu, spielen, spielen, ich will spielen. Aha, kaputt ist sie. Nur noch vier Level. Vier Level. Bisschen lauter machen wieder das Stück hier. Schweinchen, spawnen wir. Los, komm, spawnen wir was, liebes kleines Schweinchen. Jetzt spawn doch mal ne Lohe. Komm schon, kleines Schweinchen. Spawn ne, ne Lohe. Schweinchen, 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 spawnen eine Lohe. Oder drei oder vier. Dann hau ich die Beine vor die Tür und krieg Erfahrungspunkte. Na, komm schon, spawnen was. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 28, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Not bad, not bad, not bad. Ey, 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 ey. Bist du ganz allein gekommen, wirst du deine Brüder gelassen? Hallo, Niancat, tschüss Niancat. Wir müssen dann noch ein gutes Feld finden, wo wir Niancats jagen gehen können, aber dazu brauche ich erst einen Bogen. So, das können wir ja stechen. Komm schon, Schweinchen. Spawnen. 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 Spawn mir was, spawn mir was, du kleines Schwein, du kleines Schwein. Spawn doch mal eine Lohe, zwei oder drei. Auch Füderst kommt heraus, ihr dämlichen, goldenen Kreaturen. Na, 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 na. Okay, Lied, 27. Spawn doch was, spawn doch was, du kleines Schweinchen. Spawn doch was, spawn doch was, du kleines Schweinchen. Nicht nur einer, Mann, du Sau, ey. So eine Sauerei. Können wir auch das als Counter hier hinsetzen. So. 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 Kleines Schweinchen, kleines Schweinchen. Spawn doch mal eine Lohe, zwei, vielleicht auch drei oder vier. Ich möchte kloppen, gerne mehr Level zum Kämpfen, zum Bekriegen, zum Draufhauen mehr. Level, gib mir, mehr, kleine Schweinchen. Hallo. 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 Gibt es auch so eine intelligente Lohnfarm? Wisst ihr, wie man sowas baut? Wenn ihr wisst, wie man eine gute Lohnfarm zum XP-Farm machen könnte, schreibt es doch mal in die Kommentare oder macht Videoantworten. So als Idee, wie man das machen könnte mit den Lohnen. So, vier Minuten noch. Komm, in den vier Minuten werden wir auch die drei Level hier vollkriegen. Spawnchen! Spawnen! Spawnen! Wuhu! Aua. Au. Fuh, fuh, fuh. Hey. Level 28, nur noch zwei Level. Spawn jetzt, los sofort. Schweinchen, einfach nur so. Okay, what was, this noise? Oh mein Gott, das fang jetzt aus. Ich gucke in die Ecke. Gexel! Ich kann ja auch mal in die Ego-Perspektive gehen. Ja. Hallo. Aua! 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 Direkt auf meinem Kopf gespawnt. Aua! 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 Na, guck doch mal an hier. Ja, nur noch ein, ein Drittel Level. Come on, Pig! You can do it! You can do it, Pig! Spawn all the loons! Spawn it all! Ich könnte den Gang hier ganz weit nach hinten verweitern und dann könnte ich immer die loons anlocken und dann ist die Spawn-Rate vielleicht erhöht. Ey, ich weiß es nicht, aber es klingt nach einem Plan, Bob. Nach einem Plan. Plan? Bob? Welcher Bob? Boah, was soll das? Was labert die schon wieder? Eine! Das ist total viel, danke, echt, echt. Wow, toll, ey. Super. Daumen hoch. Spawnen, 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 Spawnen. Da krepiert definitiv ein Skelett. Spawnen, 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 Wuhu! Spawnen! Das ist voll Spawnen. Klingling. Das macht immer zwei von diesen Klingern da voll. Ne, zwei hier unten von diesem grünen Gedüps. Ah, das ist ein Skelett. Hi, hi, hi. Komm mir das so vor, da spuckst du seit neuestem nur noch eins aus. Liebes Schwein, spuck doch mal vier Stück aus, dann wären wir hier fertig mit vier Stück. Und dann läuft meine Zeit doch nicht ab. Komm schon! Piggy, 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 piggy. Piggy, 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 piggy. Das Schwein, wirklich nur so. Draußen ist auf jeden Fall auch nur einer, wenn ich... Du kannst ja mal drinnen hier, Wunder, weiterspauen. Geronimo, BAM! Wuhu, Wuhu! Wow! Wo? Oh, ein Fluss, Sprung, BAM! Nee, hat nicht geklappt. Ah, Fuh, 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 Fuh. Oh, dann gehe ich mal wieder da rein. Drüben der Lohnspawner frückt auf jeden Fall auch was aus. Ah, hier ist ja... Ah, Full House! Full House! Äh, GZ, Level 30. Tschüss, Schweinchen, ich hau ab. Äh, weh, weh, und... Ähm, da drüben ist auch noch so viel schönen Glowdown, aber dann müsste ich auch da... Äh, geht's auch runter. Müsste ich mir dann meine Plattform bauen? Machen wir dann das nächste Mal. Machen. So. Wieder ein Wizzerskelett, was wir mit nach Hause nehmen können? Nein? Schade. Dann hauen wir mal ab. Ah, ah, ich will hier nicht raus. Lack. So, alles in trockenen Tüchern, ja? Super, dann packen wir schon mal das ganze Neta-Zeug wieder in die Neta-Kisten. Neta-Gestein. Guck mal, kann das auch hier rein. Das heben wir für Glowstone auf. Daraus machen wir jetzt uns immerhin 16 Glowstones. Die können dann hier da rein. Das ist zum Braunen. Das Schwarzpulver braucht man eigentlich auch zum Braunen. Die braucht man auch zum Braunen. Das ist ja voll das Grauen. Hier braucht man alles zum Braunen. Zosan habe ich keinen mehr, ne? Das habe ich alles dann zerbaut. So ist schon besser. Machen wir mal vernünftige Musik an. Wir sind wieder draußen. Wir haben es geschafft. Wir haben überlebt. Alles ist schön. Alles ist flockig. Alles ist rockig. Wir können das ja schon mal da rein. Wir können das schon mal da rein. Die nehmen wir wieder mit. Die können wir ja einfach mal so prinzipiell immer dabei haben. Ein Pilz. Was machen wir mit dem Pilzen? Wo habe ich die Pilze drin? Da. Wir könnten uns mal ein Mushroomstube machen. Mal ausprobieren. Brauchen wir ja nur Holzschalen führen, ne? Kann man ja auch wieder verwenden, die Holzschalen. Da war doch was. Ich erinnere mich jedenfalls daran, dass dem mal so war. Das ist ein bisschen viel. Machen wir uns eine schöne Pilzschuppe. Guck mal. Das passt doch hier auch fast. Das ist ein bisschen viel. Sind die denn alle einzeln? Yep. Wollte ich gar nicht. Sieht aber lecker aus. Mh, nom, nom, nom. Dann machen wir aus dem Rest auch noch. Hier, komm. Komm, dann machen wir auch noch. Nom, nom. Zack, 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 zack. Und ich könnte ja mal drei mitnehmen. Auf jeden Fall kann man mit dem Pilzschuppen immer schon gut überleben. Ich finde es fast zu einfach geworden, in Minecraft zu überleben. Das ist fast zu leicht geworden. So. Ja, eigentlich müssten wir dann auch schon wieder braun, weil... Ist ja grauenvoll. Knupp. Weil, wenn man sich jetzt anguckt, wie viel Zeugs wir hier letzten Endes verbraucht haben. Zack, zack, zack. Und zack. Haben wir noch eine Leere? Eine Leere. Eine Leere. Da ist eine Leere. Halt. So. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Dann tun wir da eine Warze rein. Und da tun wir auch eine Warze rein. Den wir von der Hexe von der Nase gerissen haben. So, ratsch. Gib mal eine Warze, du alte Sau. Ähm, okay. Wir müssen uns so ein Sumpfbiom suchen, wo es Schleime gibt. Da sind wir doch schon einmal beinahe am Ausflug vorbeigekommen, nicht wahr? Ja, ich brauche nämlich dringend solche Slime Balls. Erstens zum Frauen und... Zum Frauen. Zum Frauen und zweitens später für Sticky Pistons. Für ein intelligentes Pistons-System. Wo weiß ich noch nicht und was wir damit machen wollen, weiß ich auch noch nicht. Aber Zucker. Zucker wäre auch noch etwas, was ich wirklich gut gebrauchen könnte. Zucker.